In MicroCard Live können Sie Informationen eingeben und anpassen, sodass Sie und Ihre Mitarbeiter Fahrgestellnummer an spezifische Angaben auf schnellere Weise abrufen können. Eine einzigartige Funktion in MicroCard Live ist die Möglichkeit, ein Kundenkennzeichen für eine Fahrgestellnummer festzulegen. Suchen Sie dazu zunächst nach dem Fahrzeug anhand seiner Fahrgestellnummer. Anschließend können Sie das Kundenkennzeichen festlegen. Geben Sie hierfür einfach das Kennzeichen in diesem Feld ein. Dieser Vorgang kann für einen Großkunden, der über mehrere Fahrzeuge verfügt, oder für einen Stammkunden Ihres Händlerbetriebs ausgeführt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Nachdem das Kundenkennzeichen gespeichert wurde, betrachten wir uns nun seine Funktion. Anstelle der Fahrzeugsuche anhand der Fahrgestellnummer können Sie die Suche über das Kundenkennzeichen ausführen. Geben Sie dazu einfach das Kennzeichen, das Sie erstellt haben, in diesem Feld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen. MicroCard Live ermittelt nun das Fahrzeug für Sie, dieses Mal anhand des Kundenkennzeichens. Sie können jederzeit Ihre gespeicherten Kundenkennzeichen anzeigen. Klicken Sie dazu einfach auf dieses Symbol. Es werden Ihnen Ihre sämtlichen Kundenkennzeichen angezeigt. Wählen Sie ein Kennzeichen aus, um es zu laden oder zu entfernen, falls es nicht mehr benötigt wird. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Fahrzeugangaben zu drucken und per E-Mail zu senden, die Ihnen hier angezeigt werden. Dieser Datensatz kann von Ihnen selbst oder von Ihrem Kunden genutzt werden. In MicroCard Live haben Sie außerdem die Möglichkeit, eine Notiz zur Fahrgestellnummer hinzuzufügen. Klicken Sie einfach auf das Symbol zum Hinzufügen von Notizen und geben Sie die Informationen, beispielsweise den Text der Notiz, ein. Wenn Sie die Notiz festgelegt haben, wird hier eine Markierung angezeigt. Halten Sie für eine schnelle Übersicht dieser Notiz einfach Ihre Maus auf diese Markierung. Wenn Sie die vollständigen Notiz anzeigen möchten, klicken Sie einmal auf die Markierung und das Fenster mit den Notizen zur Fahrgestellnummer wird geöffnet. Über dieses Fenster können Sie Notizen zur Fahrgestellnummer bearbeiten, hinzufügen oder entfernen. Sie können außerdem eine Katalognotiz hinzufügen. Der Vorgang entspricht dem der Notiz zur Fahrgestellnummer, nur wird die Markierung hier angezeigt. Auch hier halten Sie für eine schnelle Übersicht dieser Notiz einfach Ihre Maus auf diese Markierung oder klicken Sie einmal, um die vollständigen Notiz anzuzeigen. Die Kundenkennzeichen, Notizen und Angebote, die Sie in MicroCard Live eingeben, können automatisch von allen Benutzern Ihres Händlerbetriebs genutzt werden. Darüber hinaus können Sie darauf von zahlreichen Standorten aus zugreifen, unabhängig davon, ob Sie sich im Händlerbetrieb oder zu Hause befinden oder unterwegs sind.